Hallo. Wo stelle ich eigentlich? Ich kann meine Polizisten. Sehr wie fröhlich, von dort gucken Musik. Herzlich Willkommen zum zweiten Schaboom, hier auf dem Blindenplatz Scha. Wir freuen uns riesig, dass wir trotz dem Schiesswetter im Schammer Fasnachtsauftakt da sind und da geht die 13 Gucke Musik aus der Schweiz, Deutschland und natürlich alle Rechtenstander zuhören möchten, wo wir sie so richtig einheizen. Wir begrüssen auf der Bühne 1 Plunderhüsler, dann werden wir auf der Bühne einspielen, Torebe Gugger Eschen, Törmle Gugger Fadotz, Maastbüger Lutresen, Föhrhast Lutbalzis, Wildmann Lutresenbald und Röfischrenz und Schan. Auf der Bühne 2, Gucke Maasvorks als Maas, Lölitutor Bottikhofen, Rattenschwenz Oberhütti, Glatzenstrahler Luzern, Bockers Gurtweil und Ora Gröbler Zug. Selbstverständlich begrüssen wir nur die Vrieschaner Gucke Musik, Ratatetsch, wir können dem Monster nicht mitspielen, aber trotzdem herzlich willkommen sind. An so einem Anlass kann nur mit grosszügigen Sponsoren durchgeführt werden. Die Plunderhüsler bedanken sich bei allen Sponsoren und Co-Sponsoren. Namentlich Ospit AG Schan, Getränke Risch, Gebrüder Hilti und und beim Lächterstaaten Brauhaus können wir an einem Alpengold platzis besser gelassen. Danken möchten wir auch unseren Partnern. Das sind Design Factory von Satz und Druck AG für die gute Werbearbeit und Roman Hermann AG für die sensationelle Bühne. Ein herzlicher Dank Gott selbstverständlich an alle Gucke Götis. Sie machen der Gucke Musiker, Truventhalzschau so aknehm wie möglich. Das sind namentlich unter anderem WMA Touristik, Getränke Meier AG, Garage Weilemann, PUR, Denner AG und Garage Sulzer. Wie ihr alle wissen, ist genau in einem Monat fast nach 16 Schweden vorbei. Darum gehen wir von heute weg Vollgas und Lohn nicht anbrennen. Der Anfang machen die Hausherren und Gastgeber Plunderhüsler mit ihrem Präsidenten am ECA, Malco Eckebäuger und ihrem Dirigent am EMMA, Emanuel Walser. Mit ihrem hügelten Motto Dia de los Muertos und sie kommt schon mit der neuen Lehre. Die EMMA wird nachher das weitere Munster wieder moderieren. Nach der Plunderhüsler spielen abwechslungsweise auf Bühne 1 und auf Bühne 2 immer Gucke Musiker, eine nach der anderen. Das heisst, in der Zeit, wo die anderen spielen, stellen die anderen auf. Soviel zum Ablauf vom heutigen Monster. Was in der Schweiz am 10 vor 10 ist, ist schon am 5.5. So, und jetzt viel Spass und Bühne frei für Plunderhüsler. Wobei.